Aufwachen! 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 Das kann doch nicht wahr sein, wer schickt mir um die, wartet mal, Wednesday Adams schickt mir gerade, ja, 3 Uhr nachts die Teufelsstunde, sie schickt mir gerade eine Nachricht, was geht ab Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Kanal, schreibt es mal in die Kommentare, ob wir ihr antworten sollen, sie schreibt aufwachen, 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 schreibt mal ja in die Kommentare und rock den Like-Button mit 2000 Likes Ey, was will sie von mir, okay, wir schauen mal nach, was ihr von mir will, das kann doch nicht wahr sein, um die Uhrzeit, okay, lass uns mal schauen, aufwachen, aufwachen, aufwachen und sie ist online, okay, wir schreiben ihr mal zurück, Wednesday, es muss wahrscheinlich was Schlimmes passiert sein, dass sie mir um die Uhrzeit so viele Nachrichten schickt, oder, was denkt ihr, okay, sie schreibt uns zurück, oh mein Gott Leute, sie schreibt uns zurück, Was will sie von uns, okay, ich bin extrem, ich bin sofort wach geworden, ich war sowas so müde, sie schreibt und schreibt, warum braucht sie denn nur so lange, okay, wir warten nochmal ab, das kann doch nicht, warum überwachst du mich ständig mit der Drohne, äh, äh, die Zuschauer wollten es, ihr wolltet doch, dass wir sie mit der Drohne überwachen, oder? Wolltet ihr das? Ihr schreibt ja in die Kommentare, oh mein Gott, ich schiebe die Schuld mal auf euch, okay, ihr seid die Schuldigen, es tut mir leid, ja, ich bin mal gespannt, was sie schreibt, ich bin wirklich extrem gespannt, ich werde dich bestrafen, bitte nicht, bitte nicht Wednesday, oh mein Gott, wir werden sie nicht mehr mit der Drohne überwachen, das hat wirklich nur noch schlechte Konsequenzen auf sich. Sie schreibt nochmal, das kann doch nicht wahr sein, komm jetzt in den Wald, wie bitte in den, ich werde, nein Wednesday, ich gehe jetzt schlafen, ich bin nur nicht verrückt und gehe jetzt in den Wald, äh, ich bin müde, schreibe ich ihr, ich bin müde, ich bin wirklich extrem müde, ich gehe auch nicht in den Wald, jetzt um die Uhrzeit, während der teuste Stunde, äh, und? Was schreibt sie? Sie schickt uns eine Hand! Leute, ich habe absolut keinen Bock mehr auf Wednesday Adams, sollen wir in den Wald gehen? Nee, Leute, ich gehe jetzt schlafen, aber, ich habe so eine komische Vermutung, ich glaube, Wednesday Adams ist richtig, richtig böse, und ihr wisst es, Hands, 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 with my hands, 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 with my hands, 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 and I'll be alright, ich kann immer noch nicht den Song, schreibt mal bitte jetzt in die Kommentare, wie der richtige Song geht, aber Spaß beiseite, ich denke mal, wir installieren jetzt hier mal kurz eine Kamera, wir nehmen jetzt die Drohne hierher, und installieren die Drohne mal hier oben, ja, sie wird sie niemals sehen, und dann legen wir uns wieder schlafen, ich bin nämlich extrem müde, und dann schauen wir mal, ob Wednesday Adams hier ist, und am nächsten Morgen schauen wir uns dann die Aufnahme an, ja, lass uns mal ganz kurz die Drohne hinnehmen, krass, heute mal ein Drohnenvideo im Haus, wenn ihr Bock habt, dass wir morgen wieder mit der Drohne rausgehen, dann schreibt jetzt bitte mal Hashtag Drohne in die Kommentare, und was heißt denn überhaupt Wednesday auf Deutsch? Richtig, es heißt Mittwoch, Leute, also, also, lasst uns mal ganz kurz, das kann wirklich wahr sein, Leute, dann lasst uns noch mal, okay, ich bin wirklich extrem aufgeregt, oh mein Gott, ich will hier wirklich nicht, oh, ja, ich will hier wirklich nicht runterfallen, wenn ich hier hochkrabel, ja, oh mein Gott, ich hoffe, dass sie nicht runterfällt, wenn sie jetzt runterfällt, dann ist alles kaputt, wir stellen die Drohne hierher, Leute, und, schauen gleich mal, wir müssen sie erst mal aufmachen, am Handy, installieren wir sie genauso, dass wir alles sehen, und sie wird niemals die Drohne erkennen, Leute, niemals im Leben, sie wird es nicht erkennen, Leute, okay, Leute, gebt euch mal, heftig, ist es nicht eine coole Überwachungskamera, man kann absolut mal alles sehen, okay, somit, kann mich Wednesday Airams, wir können es auf jeden Fall danach anschauen, ich würde sagen, lasst es uns einfach mal, okay, Leute, aber erstmal, müssen wir auf jeden Fall, erstmal, unsere Drohnensoftware, nochmal runterladen, damit wir auch Wednesday Airams überwachen können, ja, ich habe die nämlich, schon wieder gelöscht, also die Drohnensoftware, und wenn ihr sie sehen könnt, dann schreibt es auf jeden Fall, in die Kommentare, okay, ihr könnt es sehen, das ist sowas von heftig, hier ist meine Hand, hallo, 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 und ich würde sagen, wir gehen uns endlich, endlich schlafen legen, ich wünsche euch eine gute Nacht, Hens, irgendwie riecht es hier, extrem komisch, als hätte hier irgendjemand, es riecht extrem komisch, okay, wir schauen uns jetzt mal, das Videomaterial an, ob Wednesday Airams, wirklich bei uns hier war, was denkt ihr, war sie da gewesen, schreibt es jetzt mal, in die Kommentare, mit ja, ich bin echt gespannt, und hoffentlich hast du was aufgenommen, unsere Tone, kommt mit Leute, lasst uns mal, Leute, sie ist auf jeden Fall hier zu sehen, okay, lasst uns das ganz kurz mal anschauen, und darauf reagieren, und sie hat irgendwas in der Hand, was hat sie in der Hand, oh mein Gott, ich war so dumm gewesen, ich bin einfach nicht aufgewacht, das kann doch nicht wahr sein, das kann wirklich nicht wahr sein, und, oh mein Gott, vielleicht ist hier Wednesday Airams wirklich gut, und sie will nur was Gutes, aber das kann ich mir nicht vorstellen, Leute, was macht sie da, sie hat irgendwas angezündet, glaube ich, deswegen riecht sie auch so komisch, und da bin ich fast aufgewacht, und dann bin ich wieder eingeschlafen, kann ich das sehen, sie hat irgendwie ein Duftretto, mal gemacht, okay, das kann doch nicht wahr sein, wahrscheinlich war das die Bestrafung gewesen, dass ich nicht in den Wald gekommen bin, okay, das ist extrem komisch, und dann, mein Gott, das kann wirklich nicht wahr sein, und dann geht's hier, Leute, ich würde sagen, nur wenn ihr drauf Bock habt, ich hoffe mal morgen, ist ein schönes Wetter, wir gehen noch mal raus, und überwachen Wednesday Airams mit der Throne, ja, wenn ihr drauf Bock habt, am Ende des Videos sei noch gesagt worden, es wird wieder mal einer gegrüßt, wenn du auch gegrüßt werden willst, dann schickt das Video gerne an, fünf deiner Freunde weiter, und der Kommentar wird jetzt hier eingeblendet, und ich würde sagen, Leute, wir sind draußen, wir gehen jetzt schlafen, ciao. Okay, und wir gehen, o間 Musik Untertitelung des ZDF, 2020